Oltar und Alex sind beide Auswirkende, die heute Frühdienst hatten und zusammen Paus machen wollten. Alex war sehr gestresst und traurig, weil sein Bewohner heute Morgen beim Waschen gestorben ist. Er wollte so schnell wie möglich nach Hause gehen, um sich auszuholen. Er fragte sich, was er machen sollte, um seinen Stress zu vermindern und das, was auf der Arbeit geschah, zu verdrängen. So empfiehlt Oltar ihm in diesem hervorragenden Wetter in den Park zu gehen und das gute Wetter zu genießen und ebenso ein Buch zu lesen. Außerdem empfiehlt Oltar ihm öfter Sport zu treiben, mit Freunden Zeit zu verbringen und nicht zu vergessen, dass Musik das einzig wirklich hilfreiche Mittel gegen alles ist. Am Ende hat Alex die Empfehlung von Oltar in den Griff genommen und auch verstanden, wie wichtig unsere Hobbys doch sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.